Reden wir mal über deine Arbeit. Matthias Gnedinger, man hat das schon, als man es die Leute gesagt hat, dass der Kunst, da haben alle gestrahlt. Die können alle gerne, aber Alita. Ja, nicht mehr, Wunder. Nein, also Entschuldigung, musst du mich da fragen? Ja, dann nehme ich Wunder. Und dann wollen wir jetzt eine Antwort aufs. Ja, gerne. Ist das eigentlich gleich, warum es dir gerne, hauptsächlich sie gerne haben? Ja, weil ich mich vielleicht so gebe, wenn ich bin und ich tue nicht gross lügen. Ich weiß nicht, wie es dir gehe. Schimpf auch mit ihm. Lach wieder einmal mit ihm. Ja, ist sehr präsent, die Filme.